Und hier mit herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker. In der letzten Folge haben wir Level 16 bis 18 gemacht. Ich habe offscreen die fehlenden Sachen eingesammelt und ich habe leider vergessen, vorhin auf Aufnehmen zu drücken. Und deswegen machen wir nochmal glaube fest an ein Wiedersehen. Ich kenne das Level jetzt schon. Ich glaube die Münzen behält man nicht. Das ist dann einfach nur so. Ein kleiner Spaß. Das ist nebenbei. Das ist ja auch nirgends von der Münzenanzeige. Ich weiß doch gar nicht, wenn man höher geht. Ich kann nur weiter nach unten. Ich weiß doch! So, Level 19. Hoch hinaus auf Reto-Rampen. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, wir kommen hier einmal hoch. Komm schon. Für Münzen. Da oben ist ein Diamant. Könnte sich hier der Pixel-Topf verstecken. Da oben ist auch noch ein Diamant. Und da auch. Da bei der Tür. Da oben. Okay. Das war klar, dass das passiert. Oh, das war knapp. So, einfach mal hinterher renn. Oh, schnell, 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 Mist. gott was mache ich hier das war ziemlich blöd von mir ich nehme das mit der achse aber trotzdem mal falls die aufgabe ist zerstöre alle blöcke es ist jetzt ein vorteil dass wir den zweiten diamant jetzt gesammelt haben so hier kann ich noch mal durch hier wäre der pilz gewesen ok so dann nach oben aber das wird echt mühsam mit ganzen löcken zerstören nein ich glaube ich habe alle blöcke ziel ich mag das mit den großen outlines ok jetzt den pixel tot der versteckt sich bestimmt hinter dem block mal gucken ob ich den jetzt schon sehe und man hört ihn ja gut ich glaube auch wirklich so explizit so dumm ein aber ich höre ihn noch nicht ich sehe den noch nicht so erstmal pilz einsammeln und gleich wieder verleben weil ich so ungeduldig bin ja das definitiv hinter der wand ich habe den gehört sollte man den auch alles zerstören können also schön So, Planet der Drehscheiben. Okay. Sieht eigentlich sehr nett aus. Oh, da ist dann jemand. Warte mal, so. Ach, fast. Etwas so. Hier sind schon Münzen. So. So, bis hier. Stop, 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 stop. Bis hier wieder. So. Na, halbwegs. Münzen. Ich kann damit scheinbar nach unten fahren. Okay. Ist hier vielleicht irgendwas? Ein Goldpilz. Das ist doch schön. Aber wo ist der letzte Diamant? Ach, da kann ich runter. Okay. Ich muss in die andere Röhre. Warte, dann mache ich das mal kurz so richtig. Noch etwas. So. Noch was. So. Ja, das passt. Da komme ich irgendwie nicht hoch. So. So. Nein, 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 nein. Schon gut. Muss eh nach da unten. So. Ich sehe noch nichts. Hallöchen. Und mein letzter Diamant. Ich muss jetzt nur noch zum Stern. Oh, beinahe, perfekt. Muss jetzt nur irgendwie gucken. Dass ich das hier richtig besser hinkriege. Nein, 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 nein. So. Schnell, 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 schnell. Runter. Jetzt muss ich das nur minimal... ...nach unten bringen. Noch etwas? Ja, das sollte... ...minimal passen. Oh, das war knapp. Oh, da haben Goldpits eingesammelt. Mal erledigt. Okay, dann haben wir wieder einen... ...noch mehr Mumien-Schatz, aber... ...nee. Ja, dann sammeln erst mal den Pixel Toad. Oh, der Pixel Toad kann jetzt auch überall sein. Ich würde mal sagen, wir gehen erst mal... ...ich schon mal erst mal in den Röhren. Da ist schon mal nichts. Und dann wenden sich jetzt auch nichts. Wollte ich mal sagen, gehen wir zuerst mal... ...nach unten. Ich hoffe, ich bin auch auf der richtigen Seite. Ja, bin ich. Aha. Ich habe dich gefunden. So, jetzt kann ich das mit dem Mumien-Schatz machen. So. Okay, ich kann die nicht aufhalten. No. Okay. Ging mir da ein bisschen zu. Nee. Aber immerhin 189. Das ist auch schon mal eine gute Zahl. Von 391. Naja. So, das letzte Level für heute. Türkische Geistergalerie. Oh. Na, wer hätte das gedacht? Das wäre zu einfach gewesen. Oh. Gott, ich mag sowas nicht. So. Hey, wie komme ich denn da? Dann. Ah, jetzt. Doch nicht. Hey, wie soll man denn da hinkommen? Naja. Schließen wir erstmal das Level hier ab. Aber da. Warte mal, ist da was? Nu. Nein, ich... Oh, die Perspektive. Kann ich ja mal gucken. Ich weiß doch gar nicht, welche Aufgabe das hier ist. So. Vielleicht hier so, aber... Hm. Hä, wie soll man denn da bitte schon hochkommen? Hm. Hm. Das finde ich, wenn man da draufkommt, deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. So, und jetzt geht es hier weiter. So, und jetzt ganz langsam. So, und jetzt geht es hier weiter. So, und jetzt geht es hier weiter. So, ich möchte gar nicht wissen, was hier die Zusatzaufgabe ist. Ich glaube, das mache ich dann auch wieder auf Screen. So, gleich nur noch den Pixel-Tort. So, und jetzt geht es hier. So, und jetzt geht es hier. So, dann zerstöre ich dich mal. Oh, bitte, lass es das Geheimblitz sein, bitte. Halleluja. Oh ja, danke schön. Oh, die nächsten drei Level. So, und jetzt geht es hier. Hin und her, können wir auch schon hin und her, können wir auch schon Dreck freischeiden. So, aber erst mal den Pixel-Tort suchen. Na, ganz gut. 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 Wo soll da der Take-a-Pixel-Tot sein? Da hinter, da hinter. Halleluja. Boah, das ist fies versteckt. Wollt man zuerst die ganzen Bilder nämlich an, sodass er sich dahinter versteckt. Und hat er auch. Du Arsch. Na gut, dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Captain Toad, Treasure Tracker. Bis dahin, tüdelü.